Zwei leidenschaftliche Weltraum-Fans. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil da waren so viele verschiedene Sachen und ja, es war schon cool. Außerirdische, die Nachrichten senden. Wow! Also ich glaube, die sehen schon Menschen sehr ähnlich. Es könnte auch sein, dass sie irgendwie nur so, keine Ahnung, Lichtwesen oder sowas sind. Und ein fantastisches Erlebnis, das die Kids garantiert so schnell nicht vergessen werden. War schon echt cool. Ja. Wow! Nachricht aus dem All. Jetzt im Kino.